Hallo und herzlich willkommen und das diesmal auch zu einer kleinen Premiere. Es ist nämlich das erste Mal, dass wir ein Gehäuse von Supermicro oder eingedeutzt Supermicro testen können. Konkret das Gaming S5. Das mag nun fast noch mehr überraschen, dass wir hier ein Gaming-Gehäuse haben. Supermicro ist ja eigentlich ein Server-Spezialist, aber man hat sich da in den USA tatsächlich gedacht, okay, wir wollen noch was für Spiele anbieten und eben diesen MIDI-Tower entwickelt. Zuerst stellt sich natürlich einmal vor allem die Frage, wie sich so ein US-Server-Spezialist ein Gaming-Gehäuse optisch vorstellt. Und da hat Supermicro, wie ich finde, doch eine ganz interessante Antwort gegeben. Das Gaming S5 kann man schon als Gaming-Gehäuse erkennen, vor allem durch den Farbeinsatz, aber es ist eigentlich ein doch eher dezent gestaltetes Modell. Wir haben ja keine komplett zur Furchte-Optik, wir haben kaum irgendwie Bling-Bling, sondern wir haben das Ganze doch in einem eher wertigen Look. Das liegt vor allem erstmal daran, dass die Front des Stahlgehäuses hier durch Aluminium aufgewertet wird. Hier also diese schöne gebürstete Struktur in der Oberfläche drin haben. Haptisch natürlich auch wesentlich angenehmer als eine einfache Kunststofffront. Und ja, von dieser eigentlich ganz schlichten Front ausgehend, hat Supermicro das Ganze dann etwas gestalterisch noch aufgepeppt. Wir haben hier eben vor allem dieses Feuerwehrrot, das sich hier an einigen Stellen wiederfindet. Und wir haben natürlich hier auch ein großes Mesh-Element in der Front, das als Lufteinlass dient. Dazu dann auch seitlich hier noch dieses Gitter in diesem roten Kunststoff drin. und ja, sozusagen abrunden das Design an eine leichte Asymmetrie. Wir haben hier die Seite so ganz klassisch rund gewölbt und hier die andere Seite kantig und mit dieser Aussparung hier für dieses Gitter. Insgesamt finde ich das einen doch ja mal erfrischend anderen Look, eben wirklich das Gaming-Thema dezenter aufgegriffen, ohne jetzt aber hier es einfach sich ganz leicht zu machen und nur einen einfachen Kasten hier hinzustellen. Es ist immer so eine Frage, ob man das I.O.-Panel möglichst gut verstecken sollte oder doch eher schön leicht zugänglich macht. Supermicro zieht hier die Praktikabilität vor und hat die Anschlüsse direkt in die Front integriert, zweimal USB 3.0 auch mit dabei. Das ist also alles gut erreichbar und nutzbar, genauso wie die Bedienelemente daneben. Darunter zwei Slotblenden oberhalb von 5,25 Zoll Laufwerksplätzen. Heißt also, wir müssen hier auch auf optische Laufwerke nicht verzichten. Das ist ja bei vielen aktuellen Gehäusen schon lange der Fall, dass man da eben keinen entsprechenden Platz mehr hat. Und wir sehen hier auch schon, dass Nutzerfreundlichkeit bei der Entwicklung eine große Rolle gespielt hat. Der Staubfilter, der hier integriert ist, lässt sich blitzschnell rausnehmen und kann dann einfach gereinigt werden. Das gilt prinzipiell auch für die beiden anderen Staubfilter. Der Deckelstaubfilter, der ist magnetisch gelöst, lässt sich also wirklich natürlich auch komplett unkompliziert abnehmen. Wir sehen hier darunter die optionalen Deckellüfterplätze schon. Und es gibt natürlich auch einen Bodenstaubfilter. Den können wir jetzt nicht einfach nach vorne oder hinten rausziehen, wie das oft der Fall ist, sondern da müssen wir das Gehäuse schon zur Seite legen. Und dann können wir das hier auch abbauen. Da sehen wir, dass es ja einige Haltenasen gibt. Und ansonsten auch wieder Magnetstreifen, die das Ganze dann an seinem Platz halten. Aber eben hier müssen wir das Gehäuse dann doch mal umlegen. Wir haben die Rändelschrauben jetzt schon gelöst und sehen, die bleiben tatsächlich auch am Seitenteil hängen. Also die praktische Lösung, dass die Rändelschrauben da nicht lose rumfliegen, sondern da bleiben, wo sie ja ohnehin gebraucht werden. Wenn wir das Seitenteil abnehmen, fällt erstmal auf, dass die Verwindungssteifigkeit jetzt nicht besonders hoch ist. Wir können das hier recht leicht verbiegen. Heißt, dass die Materialstärke nicht ganz so top ist, wie man sich das jetzt vielleicht von so einem Unternehmen, das ja doch, wenn man mal eher den Profibereich abdeckt, gewünscht hätte. Aber im Alltag ist das, wenn das Gehäuse einmal dasteht, sicher auch zu verschmerzen. Unlackierter Innenraum, wie gesagt, optional auch anders möglich. Wenn wir jetzt mal über das vielleicht etwas abschreckende Mausgrau hinwegsehen, dann können wir entdecken, dass das Gehäuse doch eigentlich ganz modern gestaltet wurde. Wir sehen das hier schon, oder besonders im Laufwerksschacht. Wir haben da gleich vier Laufwerkskäfige, die alle Formate abdecken. Die optischen Laufwerke werden hier schon werkzeuglos gesichert mit diesen Kunststoffverriegelungen. Und, das ist bemerkenswert, auch alle anderen Laufwerksformate können werkzeuglos montiert werden. Hier haben wir die beiden 3,5 Zoll Käfige mit Laufwerksschubladen. Heißt, hier werden die Festplatten einfach eingeklemmt. Auch überdurchschnittlich dicke Gummis zur Entkopplung der Festplatten. Und wir sehen, dass es hier auch Laufwerksschubladen für 2,5 Zoll Laufwerke gibt. Das heißt, solange ich die 2,5 Zoll Laufwerke hier montiere, muss ich nicht zum Schraubenzieher greifen, sondern kann das auch werkzeuglos lösen. Nur, falls ich doch mal eine SSD oder eine kleine Festplatte hier montieren will, in dem 3,5 Zoll Käfig, dann muss ich das von unten verschrauben. Wir haben ansonsten also tatsächlich werkzeuglose Montage für alle Laufwerke und werkzeuglose Montage hier auch für die Erweiterungskarten. Da gibt es Rändelschrauben. Nochmal wieder zum Laufwerkskäfig-Schacht. Da sehen wir also diese vier Käfige. Und, wenn wir genau hinsehen, können wir das vielleicht schon erahnen, die unteren Käfige können alle ausgebaut werden. Die konventionellen Schrauben da, die muss ich noch nicht mal lösen. Es reicht stattdessen aus, wenn ich hier auf die Rückseite gehe und dort jeweils zwei Rändelschrauben loslöse. Zwei Schrauben je Käfig und dann kann ich den Käfig einfach und unkompliziert nach vorne rausnehmen. Das ist also wirklich bemerkenswert. Nicht nur modulare Käfige, sondern modulare Käfige, die sich wirklich sehr unkompliziert ausbauen lassen, ohne Schraubenzieher, überaus nutzerfreundlich. Wo wir schon mal hier auf der Rückseite sind und das Thema Nutzerfreundlichkeit haben, da muss man sagen, dass Kabelmanagement definitiv nicht die Stärke des Gaming S5 ist. Man kann es vielleicht nicht so ganz erahnen, aber die Kabel so zu verlegen, wie sie jetzt hier liegen, war schon aufwendig genug. Man muss darauf achten, dass wirklich jeder Molex-Stecker, jeder SA-Teil-Stecker etwas flach aufliegt, weil wir sonst einfach keine Chance mehr haben, das Seitenteil drauf zu bekommen. Der Platz ist einfach zu knapp dafür. Und was sich vielleicht auch schon erahnen lässt, die Durchführungen, die sind teilweise auch sehr knapp bemessen. Deswegen haben wir hier den 24-Pin-Strang für das Mainboard zum Beispiel nicht hinterm Dreh lang verlegt, sondern im Mainboard-Segment belassen müssen. Das Ergebnis unserer Kabelmanagement-Bemühungen, das sieht man dann hier nochmal beim Blick in das Mainboard-Segment schön. Wir haben ja tatsächlich diesen störenden 24-Pin-Strang im Bild. Ansonsten muss man sagen, das Kabelmanagement ist da. Es ist auch für die meisten Kabelstränge irgendwie nutzbar, aber es ist einfach nicht ganz optimal. Das können Konkurrenten wirklich teilweise deutlich besser. Was wir hier mit Blick auf das Mainboard-Segment noch sehen, das sind natürlich etwas die Dimensionen, die es hier im Innenraum gibt. Wir sehen, dass der Tower-Kühler prinzipiell reinpasst. Es bleibt jetzt aber wirklich nicht mehr viel Platz bis zum Seitenteil. Und das ist ja nur ein Tower-Kühler mittlerer Höhe, 15,9 cm braucht der. Heißt also, wenn ich einen richtig überhohen Tower-Kühler habe, dann wird das hier ganz schnell eng. Weniger problematisch hingegen ist die Grafikkartenlänge. Wir sehen jetzt die Grafikkarte hier auf Höhe des 2,5-Zoll-Käfigs sitzt. Das heißt, sie kann hier schon etwas reinragen notfalls. Und ich habe hier immer noch die Möglichkeit, auch die Käfige auszubauen, da noch mehr Platz zu schaffen. Heißt, da bin ich also nicht eingeschränkt und kann also auch wirklich leistungsstarke Grafikkarten verbauen. Dafür, dass Supermicro jetzt keine größeren Erfahrungen im Gaming-Bereich vorzuweisen hat, ist das Gaming S5 eigentlich ein ganz bemerkenswertes Gehäuse. Wir haben eine eigenständige Optik, die sicher gerade den Nutzern entgegenkommt, die zwar schon ein Spielegehäuse nutzen wollen, aber es dann eben nicht ganz so krachen lassen möchten. Da eben dann auch noch etwas wertiger gestaltet, hier mit den Aluminium-Elementen. Also das ist durchaus ansprechend aus meinem Empfinden. Und wir haben vor allem eine ganze Reihe von Features, die sehr nutzerfreundlich sind, die also auch für Konkurrenzprodukte nicht selbstverständlich sind. Werkzeuglose Montage aller Laufwerksformate zum Beispiel, auch die Modularität der Laufwerkskäfige, das ist ganz beachtlich. Einschränkungen sehe ich jetzt vor allem eben beim Kabelmanagement. Auch bei der Prozessorkühlerwahl muss man etwas aufpassen. Und was es sicher jetzt auch nicht ist, das ist kein ideales Gehäuse für Wasserkühlungen. Wir haben zwar die Möglichkeit, gerade hier im Deckel auch größere Radiatoren zu nutzen, müssen aber doch dann sehr auf die Gesamtbauhöhe achten. Und wir haben, falls wir einen Frontradiator verbauen wollen, jetzt keine alternativen Laufwerksplätze hier hinterm Tray. Das heißt also, Wasserkühlung eingeschränkt, am ehesten noch All-in-One-Lösungen. Aber ansonsten ein durchaus interessantes Gaming-Gehäuse, eine durchaus interessante Premiere von Supermicro hier im Gaming-Segment. Alles weitere zu diesem Gehäuse kann man dann wie gewohnt in unserem ausführlichen Test auf hardwarelux.de nachlesen. Zuhause 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 Untertitelung des ZDF, 2020